Setzen Sie sich hinter das Steuer dieses SUV und erleben Sie das geräumige Interieur. Dieser Honda ist aus dem Jahr 2012 und hat 89.000 Kilometer auf dem Zähler. Er hat einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und einem Bordcomputer ausgestattet. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017